Herzlich Willkommen zu diesem Kurzvideo zu Windows 11 und hier möchte ich dir zeigen wie man die Systemsteuerung aufrufen kann und dadurch wichtige Systemeigenschaften angezeigt bekommen lassen kann. Du wählst dazu das Einstellungsmenü auf bewährte Art und Weise, also Windows Taste plus I wäre die Tastenkombination, Windows Taste plus I, suchst dann auf der linken Seite dann die Rubrik System, also wenn du Bluetooth eingestellt hättest, gehst du auf System und gehst dann runter bis zum Punkt Info und das sehen wir dann hier, in dem Fall bei mir ganz unten und hier hast du dann die wichtigsten Einstellungen zu deinem System, die Systeminfos. Ja und das war's schon, danke für deine Aufmerksamkeit. Musik Musik Musik